Hallo liebe Zuschauer und willkommen zum zweiten Teil meiner AfD-Wahlprogrammanalyse, in der ich mich auf die Suche mache nach den rechtspopulistischen Inhalten von der AfD. In Teil 1 meiner kleinen Reihe habe ich mich mit den ersten sechs Kapiteln beschäftigt. Demokratie und Rechtsstaat, Freiheit und Verantwortung, EU und Europa, Steuern und Finanzen, Wirtschaft und das Kapitel über den Euro. Jetzt geht's weiter mit dem mühseligen Schiff, und zwar mit Kapitel 7, Außen- und Verteidigungspolitik. Naja, das Thema ist ziemlich trocke, wie soll ich's beschreibe? Im Prinzip will die AfD das, was auch früher die CDU wollte. Die AfD bekennt sich zur NATO und zu den Werten der Charta der Vereinigten Nationen und des Völkerrechts. Die AfD möchte die Wehrfähigkeit Deutschlands wiederherstelle und ist für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. In der Entwicklungspolitik fordert sie einen grundsätzlichen Strategiewechsel, welcher auch deutschen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen Rechnung trägt. Mehr will ich jetzt hier auf das Thema nicht eingehen. Ich habe wieder, wie auch beim letzten Mal, einen Link in die Beschreibung gemacht, der euch zu dem Wahlprogramm führt. Da könnt ihr ja, wenn ihr Lust habt, ein bisschen intensiver nachlesen. Also ich habe jetzt in dem Kapitel Außen- und Verteidigungspolitik nichts Rechtspopulistisches gefunden. Schauen wir mal, ob es im nächsten Kapitel, Kapitel 8, Innere Sicherheit, was zu finden gibt. Hier spricht sich die AfD für folgende Punkte aus. Linke Gewalt entschiede Bekämpfer, wirksame Bekämpfung der Ausländerkriminalität und Vollstreckung der Strafen in den Heimatländern. Die AfD fordert eine Reform des Jugendstrafrechts und möchte das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre abgesenkt sehen. Sie fordert eine Reform der Polizei und möchte die Bundespolizei fit machen für den Grenzschutz. Die AfD ist für eine Verbesserung der Fahndungsmöglichkeiten und möchte an kriminalitätsneuralgischen Plätzen und Gebäuden eine Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware einsetzen. Sie will die organisierte Kriminalität bekämpfen und die Strafjustiz verbessern. Groß und ganze würde ich sagen, sie sind einfach für mehr Sicherheit. Wobei mir im Speziellen, dass es in manchen Bereichen ein bisschen zu weit geht. So manch linksgrüner, der dieses Kapitel liest, kriegt wahrscheinlich Schnappatmung. Aber ist es deshalb rechtspopulistisch? Nur weil die das Kind beim Namen nennen und weil die versuchen irgendwie was dagegen zu unternehmen. Anders wie die Parteigenosse bei der SPD, der Grünen, der CDU und der FDP, die nichts anderes zu tun haben wie die Statistiken so zu biegen, dass am Schluss nur eh Sicherheitsproblem in Deutschland übrig bleibt, der Rechtsradikalismus. Im nächsten Kapitel geht's um den Islam. Und ihr dürft mir jetzt nicht sauer sein, da geh ich jetzt nicht weiter drauf ein. Lest euch das selbst durch. Mir ist nämlich die Gefahr zu groß, dass mein Video gesperrt wird. Deshalb lese ich hier nur einen Satz vor. Die AfD steht uneingeschränkt zur Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit nach Artikel 4 des Grundgesetzes. Muslime, die sich integrieren und unsere Grundordnung und die Grundrechte anerkennen, sind geschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft. Zitat Ende. Und jetzt zum nächsten Kapitel. Und das ist auch ein heißes Eise. Migration, Asyl und Integration. Was man ja immer wieder hört von der linke Genosse, ist, dass die AfD das Asylrecht abschaffen will. Und dem ist natürlich nicht so. Politisch Verfolgte sind bei uns willkommen, solange sie direkt aus dem Land kommen, wo sie verfolgt wurde. Also nicht aus irgendwelche Drittstaaten. Das ist zur Zeit auch geltendes Recht. Die AfD macht sich Gedanken über Asylmissbrauch, deren unlösbaren Folgeprobleme. Sie ist der Meinung, dass Hilfe vor Ort besser wäre als der Tod auf dem Weg nach Europa. Die Alternative für Deutschland spricht sich für eine qualifizierter Zuwanderung nach dem Vorbild Japans aus. Mit dem Primärziel der Interessenwahrung der Deutschen und bereits zugewandeter Bürger, die sich zur kulturellen Identität Deutschlands bekennen. Ja, dem kann ich eigentlich zustimmen. Wobei mir das ein bisschen zu hochgestochen ist. Weil man darf nicht verlangen, was man nicht verlangen kann. Mir wird's ja schon reiche, wenn sie uns nicht auf der Tasche liege und selbst für sich sorgen könnte. In unser Steuer- und Sozialsystem einzahle und nicht bloß abkassiere. Mit wem die sich jetzt treffen, in was für Kirche die gehen oder was für Lieder die singen, das ist mir eigentlich egal. So finde ich die Forderung, was das Bekennen der kulturellen Identität Deutschlands angeht, ein bisschen überzogen. Dann sind wir doch mal ehrlich. Egal wo du geboren bist, du kriegst eine Dosis von deiner Kultur verabreicht. Und das wird dich auch da ganz Leben lang begleiten. Da sitzt das Essen, die Musik oder die Religion es. Und das wandert natürlich auch mit aus. Guckt euch mal die deutschen Auswanderer in Amerika an. Die haben sich auch ihre deutsche Kultur erhalte und pflege die. Auch in Amerika. Und das stört das auch keinen Schwanz. Im Gegenteil, die Deutschen sind in Amerika sehr beliebt, als fleißig, pünktlich und anständig bekannt. Aber natürlich hat das alles seine Grenze und da muss ich der AfD auch wieder Recht geben. Der Spaß hört halt oft, wenn die Einwanderer ihr eigenes Gesetze mit einwandern lasse oder die importierten Gewohnheiten nicht mit unseren Gesetzen zu vereinbaren sind. Zudem bin ich der Meinung, dass man die Kultur der Einwanderungsländer erhalte soll. Denn schließlich muss es ja auch einen Grund geben, warum die Leute da einwandern. Zumindest für die Einwanderer, die nicht bloß die Dollarzeige in der Aare haben. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich wieder total verplappert. Und ich doch eigentlich nur über das Wahlprogramm spreche. Tut mir leid, ich komme jetzt wieder auf den Punkt. Im nächsten Kapitel des AfD-Wahlprogramms geht es um Familiepolitik. Naja, da brauche ich wohl auch nicht viel dazu zu sagen. Die AfD bekennt sich zur Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft. Das muss man sich mal vorstellen, dass man sowas noch schreiben muss. Ist es doch irgendwie selbstverständlich. Die AfD ist der Meinung, dass Familie zu wenig Geld übrig bleibt. Und schlägt einen Ehestattkredit für junge Familie für die Erstanschaffung bei Familiegründung vor. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Leute überzeugt, in solche Zeiten Kinder zu kriegen. Aber schade kann es ja nicht. Weitere Punkte in dem Kapitel sind Kinder in den Familien belassen, Kindesentzug nur in Ausnahmefällen, Teilungsfolgen mindern und verantwortungsvolle Kinderbetreuung. Und das ist wieder so Thema, da kann ich der AfD nur recht geben. Kinder sollten frei von Indoktrinationen aufwachsen, bis sie in der Familie gefestigt und alt genug sind, sich den Problemen unserer Welt zu stillen. So die AfD. Ja, das kann man auf alle Fälle in Deutschland beobachten. Das in der Kindergarten und in der Schule. Genauso wie das in der DDR oder bei den Nazis war. Versucht wird, die Kinder in eine gewisse Richtung zu drücken. Was er allerdings da gesetzlich dagegen machen will, entbehrt sich meiner Kenntnis. Denn eigentlich haben wir ja schon die Gesetze, die das gar nicht erlaufen, dass die Kinder auf eine gewisse politische Richtung in der Schule getrimmt werden. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Pfade durch das ganze Wahlprogramm von der AfD. Das meiste, was die AfD fordert, haben wir eigentlich schon in den Gesetzen stehen. Will heißen, was die AfD fordert, ist, dass wir unsere Gesetze endlich mal umsetzen und nicht bloß so machen als ob. Was aber daran rechtspopulistisch oder rechtsradikal sein soll, wenn eine Partei fordert, dass die vorhandenen Gesetze durchgesetzt werden, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass die Linksgrünen nichts anfangen können mit unseren Gesetzen. Aber nun zum letzten Kapitel für das Video. Arbeits- und Sozialpolitik. Hier werden folgende Punkte erwähnt. Zuwanderung von EU-Ausländern in unsere Sozialsysteme begrenzen. Nationale Gesetzgebungshoheit im Sozialrecht verteidigen. Keine Auszahlung von Sozialleistungen auf ausländische Kunden. Lohndumping in der Leiharbeit verhindern. Mindestlohn beibehalten. Arbeitsleben würdigen. Arbeitslosengeld I Gericht gestalten. Und Reform der Arbeitslosenversicherung. Auf den Punkt lasse ich mich jetzt noch ein bisschen ein. Die AfD sagt, der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung soll abgesenkt werden, um die Einkommen der Arbeitnehmer zu erhöhen und den Produktionsfaktor Arbeit zu entlasten. Dazu soll die Arbeitslosenversicherung von versicherungsfremden Leistungen entlastet werden und der Kreis der Leistungsberechtigten strikt an dem Kreis der Beitragszahler ausgerichtet werden. Zitat Ende Nun gut, dann zahlst du weniger Arbeitslosenversicherung und gewisse Maßnahmen werden immer von der Arbeitslosenversicherung bezahlt. Aber irgendwoher muss ja die Kohle kommen. Das ist also auch bloß rechte Tasche, linke Tasche. Sollt vielleicht besser da stehen, dass gewisse Maßnahmen vom Arbeitsamt bzw. der Arbeitsagentur, wie das ja neumodig heißt, eventuell unnötig sind. Und nur dazu diene, dass die Leute nicht in der Statistik sind. Denn wenn du eine Umschulung machst, dann gehst du aus der Arbeitslosenstatistik raus. Sei die Umschulung noch so unsinnig. Ich bin ja nur ein Aff, das wisst ihr ja, und ich hab ja keine Ahnung. Aber wegen mir soll da besser stehen, dass alle Maßnahmen von der Arbeitsagentur auf den Prüfstand müssen. Das dabei eingesparte Geld kann man dann benutzen, und den Arbeitslosenversicherungsbeitrag zu kürzen. Aber was weiß ich schon. So viel jetzt zu dem Kapitel. Da stehen noch ein paar andere Sachen drin. Aber ich kann jetzt wirklich nicht auf alles eingehen. So die wichtigste Sache habe ich ja erwähnt. Und das soll's auch wieder für heute gewesen sein. So wie's aussieht, komme ich um den dritten Teil nicht rum. Da geht's dann um das Rentekonzept, Gesundheitspolitik, Bildung, Kultur und Klima. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. So, ihr liebe Leute, das war's mal wieder. Um alle Traditionen gerecht zu werden, betel ich euch jetzt noch ein bisschen an. Also ihr habt bestimmt schon ein Abo und geliked habt ihr das Video ja auch schon. Und jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr es noch ein bisschen teilen. Bei Facebook zum Beispiel. Denn da haben sie euren Hallmark eingeschränkt. Ich darf jetzt nichts mehr in Gruppe posten. Deshalb wär's lieb, wenn ihr das für mich machen könntet. Ach ja, und Telegram wäre auch schön. Wer von euch Lust hat, mich ein bisschen zu unterstützen, der findet unten in der Beschreibung genügend Möglichkeiten. So, jetzt hab ich aber genügend Schleim gebumpt. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video.